Im Telekom richtig schrott. Ich kann... Ich schwör, wenn ich Wunnen mache, ist das einfach nur wow. Ein Wunnen ist wow, weil ich kann... Weil ich... Das guck, schon wieder, guck mal nach oben. Schon wieder. Schon wieder. Es hört nicht auf. Es hört schon wieder scheiße, Internet. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich kann nicht. Oh! Mein Gott, wenn ich einen Grün mache, ist das einfach nur Glück. Ich hab das schlechteste Internet der Welt. Man könnte schon sagen, das ist das schlechteste Internet der Welt. Der Welt! Ich glaube, was schießt du mich gleich mit? Ich glaube, was schießt du mich? Ich glaube, was schießt du mich? Ich glaube, was schießt. Das Internet hier ist wirklich schlecht. Man hat ja einfach... Jetzt ist zwar kein Internetzeichen, aber irgendwie leckt es immer noch ein bisschen. Ja. Und meistens kommt das dann wieder auf einmal. Dann bin ich am Arsch. Ich sag dir, es kommt gleich wieder. Ich glaube, was schießt du mich? Ja. Ich glaube, was schießt du mich? Ich glaube, was schießt du mich? Ich glaube, was schießt du mich? Okay. Wo ist er? Es ist in der Luft verschwunden. Einfach in der Luft verschwunden. Es ist echt schwer, wollen zu machen mit so einer Kacke. Oh, gerade wollte ich ihn ausblenden, aber da hat schon mein Kollege ausgeblendet. Oh, entschuldige, entschuldige. Ne, man darf sich machen. Das mache ich gleich wieder. Ja, ist ja schon ausgeblendet. Weil ja immer, ich bin ja nur Motz. Und der, der ja, äh, ja, du weißt, der wisst schon. Ja, genau richtig, mal alle Hashtag Telekom ist scheiße. Es ist auch wirklich, es ist zwar richtig gutes Internet, aber die ziehen immer wieder die fucking Gabel raus. Entschuldige für das Schimpfen. Was ist der denn? Oh mein Gott, ist er los. Ehh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohg! der hat so gute Waffen also er hat ne er hat ne P90 er hat ne Moklon und das alles in Gold Egal wenns der heck was der it's dead if you it's dead if you wo wie der fliegen kann ja nein drum her er kann so krass fliegen drum her ein bisschen anschießen damit du nicht weg rennst er geht weiter Digga ich hab in der Luft ihm zwei Hits gegeben plus ich hab seine Karpotten schossen what the heck der war so weit in der Luft man ich treff ihm zwei 24er und dann schieße ich doch seine Karpotten von etwa zu was 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 du w hier genau mit was was krass ist ja wenn ich Whiff benutze dann werde ich genau über den Vulkanes rum wenn ich im Vulkan war guck hier genau hier das ist ja das ist ja wenn ich nie die 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, der hat keine Schüsse mehr, das kann niemand mehr benutzen. Ja, das war mega los hier. Das war's für heute. 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 What? Das war's für heute. Hi. Tschüss. Ciao, ciao. Ich krieg bald Internet-Aggression. Digger. Nochmal alle Hashtag Telekom ist Scheiße in die Kommentare. Das Internet, guckt euch oben erst an. Wie soll ich Leute jetzt noch wieder umbringen? Das war's für heute. Das war's für heute. In der Mitte. Da. Was ist das? doch nicht jeder die nur Treppen sind ey kein Dierspieler Schlimmstspieler irgendwo Das würde ich auch benutzen, Mann. Das ist das. 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 Das ist das.